Ich wollte schon immer Opernsängerin werden. So wie in der Dusche? Ja, genau. Ja, du sagst es. So wie in der Dusche. Den Rest meines Lebens werde ich nicht als Fondsmanagerin verbringen. Das bin ich nicht. Und wer bist du dann? Ich will mir ein Jahr geben, um es rauszufinden. Wenn Sie es schnell schaffen wollen, gibt es einen Weg. Megan Jeffrey Bishop. Sie werden Sie lieben. Was wollen Sie? Ich möchte Gesangsunterricht. Oh mein Gott, Sie sind ja noch schlechter als ich dachte. Die Person, die Sie geschickt hat, schuldet mir eine Entschuldigung. Genau wie Sie. Es tut mir leid. Halten Sie den Mund. Ich bin noch nicht fertig, Ihnen zu sagen, wie wertlos Sie sind. Manche Leute sagen, dass ein Opernsänger leiden muss. Das sind meine Regeln. Keine Drogen, keine Besucher, kein Alkohol. Aber ich schlafe über einem Pop. Ja, ironisch, nicht wahr? Sie ist furchtbar. Das wäre komplette Zeitverschwendung. Er ist mein anderer Schüler. Haben Sie lokale Spezialitäten? Der Koch sind Sie also ebenfalls. Ist das so schwer vorstellbar? Sieh sie nicht als Rivalin an. Sie hat vielleicht Potenzial. La, la, kommen Sie schon. La, wo ist die Zunge? Weitersingen. Ich will dir helfen. Komm rüber zu mir. Was, im Ernst? Hast du die Vibration gefühlt? Ähm, ja. Glaubst du, sie könnte den Singer auf Renown gewinnen? Es wäre möglich. Die eine Sache, die mich verwirrt, ist, dass ich hergekommen bin, um einen Wettbewerb zu gewinnen. Was ist passiert? Ich hatte einen Aha-Moment. Du verdienst dieselbe Chance wie ich. Und jetzt kommt der große Moment. Der Gewinner des diesjährigen Singer auf Renown ist... Das ist alles so dramatisch. Ach, werd erwachsen. Gleich nochmal von vorn.